Man hört die Glöcke läuten draußen, das bedeutet, es ist 12 Uhr, Zeit für Zugzwang. Hört man sie überhaupt läuten? Hörst du's? Ich hab's gehört. Hi nun, ich bin so aufgeregt. Dein Schreckert gegen Annapel. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur größten Schachmeisterschaft der Welt. An meiner Seite Jan Gustafsson, Großmeister Jan Gustafsson. Du hast dich mit Schach auseinandergesetzt. Was gefällt dir an dieser Sportart? Mir schon lange nichts mehr, aber ich kann nichts anderes. Deshalb häng ich hier fest, freu mich aber, dass es den Leuten so gefällt und freu mich auch sehr auf das vierte Viertelfinale heute. Zwischern. Zwei Hausinternen endlich mal? Ja, zwei Beans. Zwei Beans. Zwei, die auch schon sehr lange dabei sind. Ich freu mich sehr, heute die beiden gegeneinander antreten zu sehen. Ich weiß nichts über ihre Schach-Skills, das können sie uns jetzt gleich selber sagen. Wir gucken, bevor wir mit ihnen sprechen, erst mal auf den Turnierplan und sehen da Folgendes. Also, ein Halbfinale fehlt uns noch. Nämlich, wir suchen heute den Gegner von Maxim. Und das wird entweder die Belle sein oder der Schröckert. Und damit steht die Partie ja jetzt auch fest. Und wir haben die beiden natürlich jetzt schon hier zugeschaltet. Könnt ihr mich hören? Ja. Ah, guck mal. Belle ist, glaub ich, zu Hause und Schröckert sieht aus wie die Gaming-Area, wenn ich das richtig sehe. Jo. Okay. Dann erst mal Belle an dich. Das sieht super cool aus bei dir irgendwie. Dankeschön. Schön zu sehen, dass die ganzen Figuren ein gutes Zuhause haben. Ja, ja. Erzähl uns ein bisschen was über deine Schach-Skills. Also, ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich Schach sehr früh gelernt hab von meinem Opa. Weil der konnte mit Kindern nichts anfangen. Und ich fand meinen Opa ein bisschen gruselig, weil der immer nur geschimpft hat. Aber wenn man vorm Schach saß, hat man sich gegenseitig angeschweigt und dann angeschwiegen. Und dann haben wir Schach gespielt. Und auch regelmäßig? Also, hast du das dann jetzt auch noch in Erwachsenenjahren durchgezogen? Oder war das wirklich jetzt so eine Pause von, weiß ich nicht, 20 Jahren oder was? Wie muss man sich das vorstellen? Ich würd fast sagen, das war eine sehr, sehr lange Pause. Meistens hab ich gespielt in Flugzeugen, auf langen Reisen auf diesen ekligen kleinen Bildschirmen. Und da hab ich auch schon mal gegen Schröck gespielt. Und willst du uns sagen, wie das ausging? Ich glaub, ich hab gewonnen. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht erinnert er sich noch. Erinnerst du dich da dran? Tatsächlich nicht. Ich hab gehört, das wäre ... Also, es muss ja eigentlich auf dem Flug zu diesem X-Men-Event gewesen sein, oder? Ja. Ja. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Also, wirklich absolut nicht. Man ist ja auch so im Halbschlaf. Ich glaub, das war auch wirklich so ein komischer, ja, weiß ich nicht, halb wach, halb pennend irgendwie Flug. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Also, wirklich absolut nicht. Wie sieht's denn bei dir aus mit Schach? Wann hast du das letzte Mal gespielt? Und wie bist du da ... Wie fit bist du im Schach? Ähm, das letzte Mal gespielt hab ich vorhin. Um hier mal so ein bisschen mit dem ... Keine Ahnung, mit den Seiten vertraut zu machen. Und mit dem Spiel hier, oder mit dem Prinzip. Ähm, ich hab das auch relativ früh gelernt. Ich weiß allerdings nicht mehr, durch wen genau. Ich glaube, ein Lebensgefährte meiner Mutter, der hat mir das irgendwie so ein bisschen näher gebracht. Und dann hab ich irgendwann auch, glaub ich, von ihm ein Schachbrett geschenkt bekommen. Und hab dann eigentlich, so oft es ging, im Urlaub mit ihm, mit Freunden irgendwie versucht zu zocken. Und auch gezockt. Und ja, hab das dann aber wirklich jetzt schon echt lange, lange Zeit nicht mehr spielen können. Weil ich auch niemanden kannte, der großartig Schach spielt. Und hoffe, ich kann hier halbwegs bestehen. Habt ihr euch denn vorbereitet auf das? Bell, ich hab bei dir in deinen Twitter-Stories gesehen, dass du schon teilweise da irgendwas mit dem Schachbrett gemacht hast. Wie war die Vorbereitung? Ja, ich fand diese Netflix-Serie ganz cool. Und hab daraufhin ein Schachbrett geschenkt bekommen. Und habe vielleicht drei Runden drauf gespielt. Naja, und dann. Oder? Ja. Das klingt nach mehr Vorbereitung als bei Daniel jetzt. Aber ich bin gespannt. Also bei beiden, glaub ich, lange Pause. Schwer einzuschätzen für mich. Beide zumindest keine aktiven Schachspieler. Das kann man sagen. Beide haben auf jeden Fall schon gespielt, kennen das Spiel. Haben sich ein bisschen auf das Turnier vorbereitet, aber sind jetzt keine, die regelmäßig spielen. Das heißt, wir werden sehen, wie sich das jetzt auf dem Schachbrett dann widerspiegelt. Seid ihr bereit? Ja, 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 ja. Okay, dann wollen wir euch auch nicht weiter alle auf die Folter spannen und legen los. Daniel, du bist weiß, Annabelle ist schwarz. Vielleicht noch ganz kurz für alle, die erst heute zugucken, die Regeln nochmal erklärt, Jan. Ja, also es werden zwei Partien gespielt jetzt, Daniel mit weiß, nächste Partie in Daniel mit schwarz. Sollte es danach unentschieden stehen, geht's in eine dritte Partie mit weniger Bedenkzeit. Den ersten beiden jetzt gibt es pro Teilnehmer zehn Minuten und dann zehn Sekunden Zeitgutschrift pro Zug. Sprich, ihr macht euren Zug, kriegt zehn Sekunden gutgeschrieben auf der Uhr. Also es kann hektisch werden am Ende, aber es gibt immer noch dieses Rettungsboot, dass man Zeit dazu kriegt. Das war's gleich. Okay, dann legt bitte los, wenn ihr keine Fragen mehr habt. Daniel eröffnet die Partie mit seinem ersten Zug. Da sehen wir den ersten Zug. Bauer nach E3. Da hätte er doch noch einen Bauern jetzt bewegen können, theoretisch. Er hätte auch zwei Felder vorgehen können, aber... Aber er hätte doch auch mit zwei Bauern ein Feld vorgehen können. Gibt's das? Nee, das darf man nicht. Man darf nur... Woher kenne ich denn das? Wurde das als Kind irgendwie falsch gesagt, dass man so zwei Bauern eins nehmen kann? Das kannst du nicht machen. Man darf immer nur einen Bauern ziehen. Aber die Bauern dürfen zwei Felder vor, wie es Annabelle hier vorgemacht hat. Und schreckert mit dem sogenannten Läufer. Als Kind haben wir das, glaube ich, gemacht. Ich könnte schwören, wir haben immer zwei Bauern ein Feld. Ja, es gibt sehr häufig tatsächlich, dass man die Regeln nicht so ganz richtig beigebracht kriegt als Kind. Oder dass die Eltern was dazu dichten oder so. Ich dachte zum Beispiel, dass ein Springer zwei Felder gerade zieht und dann einen in eine Richtung. Und das hatte ich so interpretiert, dass ich von hier aus zum Beispiel hierhin gehen kann und dann einen zurück auch wieder. Ah, okay. Und dann einen hierhin. Was man nicht darf. So mächtig ist der Springer, nicht? Aber so hab ich lange mit mir selber... Hab ich aber auch gemerkt, als ich mit meinem Sohn Schachgespieler versucht habe zu erklären, also dass er, der kann natürlich alle Figuren nur beim Springer, hat er immer wieder Schwierigkeiten genau abzuschätzen, was er darf und was nicht. So, Daniel bereitet ein weiteres Fianchetto, so heißt es vor, man zieht diesen Bauern, so heißt es, man zieht diesen Bauern ein Feld vor und stellt dann den Läufer in diese Schießscharte. Er arbeitet am sogenannten Doppelfianchetto. Wenn man beide Läufer hier auf diese langen... Das ist eine ungewöhnliche Eröffnung, die er da macht. Hat er da irgendeinen Tipp gekriegt von jemandem? Also so eine Eröffnung haben wir hier bei Zugzwang noch gar nicht gesehen. Haben wir noch nicht gesehen, ist nicht schlecht. Also es ist strategisch sinnvoll, die Läufer sind auf diesen langen Diagonalen. Ist normalerweise eine Eröffnung, die eher von zurückhaltenderen Typen gespielt wird, die nicht so gleich Feindkontakt wollen, sondern erstmal die Figuren raus, sich in Ruhe hinstellen und dann Action. Was wir sonst ja häufig sehen, ist dieses E4, E5 und gleich Duell im Zentrum. Aber Schröckert scheint sich da Gedanken gemacht zu haben, denn das sieht alles sehr verständlich aus. Und jetzt von Annabelle, ich hoffe, das war kein Eingabefehler, Turm nach G8. Ich glaube nämlich, sie wollte rochieren und das hat nicht geklappt, befürchte ich jedenfalls. Da muss man den König auf dieses Feld stellen und wenn man da mit dem Turm was versucht. Ähm, ich hoffe, dass das, ja, sie nicht zu sehr herausbringt. Wenn es so ist, vielleicht wollte sie auch wirklich da, vielleicht wollte sie auch den Läufer verteidigen, vielleicht war es alles Absicht. Aber ich vermute fast nicht. Computer sieht, Schröckert jetzt im Vorteil, denn es ist schon ein Haken. Fährt am Rand, bringt Kummer und Schmand. Dein Stichwort, dein Sprichwort. Ja, habe ich mir nicht ausgedacht, aber es ist meistens wahr, der Springer am Rand kontrolliert halt nicht viele Felder. Also von hier aus sieht man, er kann nur auf zwei Felder gehen. Denn aus der Mitte hat er immer eins, zwei, drei, vier. Naja, ich kann nicht so gut zählen, aber weißt du, wie ich meine? Naja, ich verstehe es. Und Daniel geht zum Angriff über, spielt Springer nach B5, attackiert damit die Dame, legt diesen Läufer frei. Wir haben jetzt hier auch Feindkontakt auf dieser Diagonalen. Aber der ist ungeschützt. Ja, aber hat Annabelle gesehen, zieht die Dame zur Seite. Daniels Läufer ist ungeschützt. Wen schätzt du als Favoriten ein, nach dem, was wir gehört, gesehen haben? Na gut, fairerweise muss man den beiden die Chance geben, auch noch die Favoritenrolle einzunehmen. Aber also Reefd, fand ich, hat jetzt die reifste Leistung gezeigt. Und das auch an einem starken Gegner. Ja, natürlich, Trilux hat sich gegen Mantle durchgesetzt, aber Mantle war nicht auf der Höhe, war nicht so gut, wie wir es erwartet haben. Hat auch zu viele Fehler gemacht. Schwer zu sagen, aber ich glaube, das würde mich nicht wundern, wenn der Gewinner aus dem Match Trilux Reefd kommt. Könnte sehr gut sein. Maxim finde ich auch nicht schlecht. Maxim ist nicht so der klassisch trainierte Schachspieler. Das sieht man häufig am Anfang, macht da so sein eigenes Ding, hat dann aber sehr gute Reflexe. Also er sieht dann im Schlagabtausch immer sehr schnell, was Sache ist. Und bei den beiden heute bisher noch keine groben Fehler, wobei ich nach wie vor unterstelle, dass dieses Turm nach G8 vielleicht nicht volle Absicht war, sondern Eingabefehler, was natürlich ärgerlich wäre. Jetzt nach Läufer nach D7 gab es die erste größere Chance für Daniel Schreckert, hier diesen Bauern zu schlagen. Er hatte diese Batterie, nennt man das die Dame, und den Läufer auf dieser Diagonal platziert. Und Annabelle hatte den Bauern stehen lassen. Und wenn der Bauer gefallen wäre, wäre gleich der Turm dahinter angreifbar gewesen. Also da gab es eine Chance, hat er nicht gemacht. Er hat stattdessen mit Bauern nach G4 diesen Springer attackiert. Annabelle schlägt seinen Springer auf B5. Er schlägt, es geht Schlag auf Schlag, den Springer hier, was ein Fehler war, er hätte den Läufer wegnehmen sollen. Denn jetzt kann dieser Läufer sehr kräftig nach C6 gehen, damit die Batterie hier neutralisieren auf der langen Diagonale. Und Annabelle wäre im Vorteil. Noch nicht entscheidend, aber hätte Vorteil, während Ette Schreckert sich für das Läufer schlagen entschieden. Er ist klar im Vorteil gewesen. Ich hoffe, das war alles verständlich. Ich gehe jetzt zu schnell. Ich will immer nicht die Züge zurücknehmen und hier zu viel rumziehen. Nö, ich glaube, das war okay. Interessant, Daniel noch bei 10,36. Das heißt, sehr schnell bislang immer gezogen, wenig nachgedacht. Ja, überrascht mich ein bisschen. Wobei, ich glaube, ich oder wir haben es eben auch gesagt, als wir ihn anderen Tags gesehen haben. Weil ich hätte gedacht, dass Daniel, der ja ein nachdenklicher Typ ist, der es ja aus allen Perspektiven immer abwägen will, dass er mehr Zeit braucht beim Schachspielen, aber offenbar nicht. Und grundsätzlich gute Taktik, wobei hier eins zuvor, hier hätte es sich ausgezahlt, hätte er hier eine Minute nachgedacht, welche Figur er schlagen soll. Denn diesen Läufer zu schlagen, wäre halt viel stärker gewesen. Der Springer ist nach wie vor angegriffen und dieser Bauer wäre angegriffen. Das hätte zu großem Vorteil geführt, während den Springer zu schlagen eben den Läufer am Leben lässt und der ist jetzt nach dem guten Zug Läufer zu sechs, so wurde es gespielt. Ein guter Zug von Bell. Unruhestifter. Schreckart und du, kennt ihr euch auch schon Ewigkeiten oder ist Schreckart noch relativ neu hier in eurem Kosmos? Nö, also wir haben uns auch über Rocket Beans kennengelernt oder Game One eigentlich eher. Aber das ist jetzt auch bestimmt schon zehn Jahre. Aber auch erst hier in Hamburg dann kennengelernt. Ihr seid beide, was seid ihr, Hessen? Kommt ihr auch aus Frankfurt oder wo kommt ihr her? Nee, er ist, glaub ich, in Wiesbaden groß geworden. Okay. Also 20 Kilometer von, 20 Minuten von Frankfurt entfernt. Aber, ähm, ja, man kennt schon viele gemeinsame Orte oder so Sachen, wo man war. Aber wir haben uns irgendwie nie in der Jugend oder so. Er ist ja auch ein bisschen älter, wie man sieht. Ähm. Das merkt man, das merkt man, ja. Das hinkt auch so ein bisschen Seniorität hier rein. Der Läufer nach E5 und da wieder sehr schnell gespielt. Er muss tatsächlich, glaub ich, anfangen, ein bisschen mehr Zeit sich zu nehmen. Denn er hätte diesen Läufer einfach weghauen können hier. Was besser gewesen wäre, hätte mindestens einen Bauern erobert erst mal oder diese Bauernschwäche geschaffen. Stattdessen spielt er sehr, sehr schnell F4, pariert den Angriff auf die Dame. Aber erlaubt jetzt Annabelle hier zu schlafen. Beide hochkonzentriert, ne? Aber die Spieler auch, ne? Ja, ja. Ja, ja. Es ist noch früh, Jan. Es ist wirklich noch früh. Dame nach C7, ein grober Fehler. Das könnte Schröckert jetzt ernsthaft in die Vorhand bringen. Denn er kann diesen Läufer schlagen. Der Läufer war angegriffen vom Bauern. Annabelle hätte ihn wegziehen sollen oder tauschen gegen den Läufer auf B2. Jetzt ist Weiß deutlich in der Vorhand. Kann hier drei Eiskugeln schlagen. Eine verliert er zurück in Form dieses Bauern. Aber auch den könnte er noch weghauen. Läuft bisher für Daniel Schröcker. Läuft schlicht E5 gespielt. Wieder stark. Greift die Dame an. Was macht Annabelle auch von euch hier außer Actionfiguren sammeln? Ja, Belle ist auch schon lange dabei und ist hier hauptsächlich verantwortlich für den Schnitt. Also schneidet alles, was hier irgendwie als Mats kommt. Oder als Einspieler oder so ist von Belle. Hauptsächlich, glaub ich, macht sie die Kino Plus Einspieler, die immer sehr toll sind. Ich muss niesen. Und, ähm, genau. Aber sie kann auch Kameramann machen. Also war mit uns zum Beispiel auch bei der, in Los Angeles bei der E3. Aber seid ihr nicht alle hier, um einen guten Schnitt zu machen? Ist noch früh. Ist noch früh. Hat's dir gefallen in Los Angeles? Ich war, ich war jetzt einmal in Los Angeles. Ich fand's sehr spannend, weil es so anders ist als den Rest der Welt, auch den Rest von Amerika. Ich liebe Los Angeles. Ich bin ein Los Angeles-Fan. Ich war ja auch schon sehr oft da. Und man kennt sich halt, ne? Also, ich, ähm. Und du steigst dann auch im Chateau-Mormand? Chateau-Mormand sag ich einfach, äh, wie immer. Und dann schmeiß ich mich raus. Wie Stoggi, ne? Stoggi und du. Genau. Und, äh, dann kommt schon der Türsteher, der mich auch schon kennt und schon zehnmal rausgeschmissen hat. Nee, aber, ähm, ich, ich mag, ich mag L.A. Es ist, es ist wirklich ein bisschen, es fällt in Amerika auf jeden Fall aus dem Rahmen. Es ist, glaub ich, gibt nichts Vergleichbares. Für mich gibt's halt, ich glaube, da haben wir auch wieder was gemeinsam, so ein paar Wallfahrtsorte, so Comedy-Store bei mich reingesetzt, einfach ganz im Arm, gar nicht bei so bekannten Leuten mehrmals und total gefeiert, das Ambiente und auch da draußen vor der Tür zu stehen, das ist alles sehr aufregend. Comedy-Store im Improv, in der Love Factory, Love, vielleicht nicht Love Factory, das ist was anderes. Aber da war ich auch. Nein, aber, ja, also grad, na klar, Stand-up-Comedy-technisch geht da natürlich viel ab und, ähm, gute Leute auch gesehen. Gischlicht H5, hier muss ich drauf eingehen, ein Fehler erneut, große Chance für Schrockert, die er allerdings nutzen muss, denn Gischlicht H5 ist ein verdeckter Angriff, ein Abzugsangriff auf seine Dame, aber er kann mit dieser Dame jetzt diesen Turm schlagen, was ihn entscheidend in Vorteil bringen würde. Der Turm ist ungedeckt, wäre noch kein Schachmatt, der Springer könnte dazwischen, aber das wäre schon ein herber, herber Verlust für Annabelle. Wie konnte das passieren? Sieht er es, ne, er sieht es nicht und er begeht im Gegenzug einen groben Fehler, denn jetzt ist seine Dame angegriffen und hier kann sich das Blatt wenden, wenn Annabelle sieht, dass sie sich hier bedienen kann. Puh, hei, hei, hei. Da schaue ich doch direkt mal auf die Blicke von Daniel und Bell, ob sie, ob sich da in den Blicken was spiegelt, ob sie ihm jetzt dämmert. Er hat es noch nicht gemerkt, glaube ich. Bei Bell kann man auch nichts aus dem Gesicht lesen. Ne, sie sieht die ganze Zeit ganz zufrieden aus, wo es vorher ja eigentlich keinen Anlass für gab, aber hat sich nicht geändert, der Gesichtsausgabe. Ist das spannend. Hm. Es ist halt die Frage, auf diesem Anfängerlevel sind wir wieder beim Thema Tauschen. Ja, aber sie macht es. Und sie hat es gesehen, sie schlägt zu. Schrappert schlägt, spielt wieder sehr schnell, spielt allgemein die ganze Partie. Man muss ja sagen, zu schnell tatsächlich. Ich hab fast ein scheiß Gewissen, weil ich ihm ja gesagt hab, hier, schnell spielen, Zeit ist schnell vorbei. Und hier wieder ein Fehler, Bauerschläge G3. Denn jetzt könnte Annabelle diesen Springer schlagen, danach den Läufer schlagen, mehr Material einsacken. Also da hat sich das Blatt von vollkommen gewonnen hier zu vollkommen verloren. Also auf hohem Niveau. Sehr, sehr schnell gewonnen. Und auch der Balken ist komplett schwarz durch diesen Verlust der Dame und auch durch diesen schlechten Zug dieses Bauern. Mich persönlich macht das aggressiv. Ich werde das dem Daniel auch später sagen. Dame nach B6 geht an der Chance vorbei, weiteres Material sich zu schnappen. Bauern nach D4 überdeckt immerhin diesen Läufer, sodass jetzt kein direkter Verlust droht. Und von der Materialverteilung ist es hier noch nicht vollkommen entschieden. Wenn wir durchzählen, hat Schrakert einen Turm und einen Läufer gegen die Dame. Was countmäßig Turm 5 Punkte, Läufer 3 Punkte, Dame so 9 bis 10 noch kein entscheidender Nachteil ist. Er steht hier dazu auch nicht so gut, wenn er jetzt hier schlägt und dann da sollte sie schon im Vorteil sein. Aber noch ist es nicht vorbei. Kann noch viel passieren. Aber da sehen wir genau das, was ich auch mal angesprochen habe, dass auf diesem Anfängerniveau natürlich immer Fehler passieren. Und deshalb kann sich auch derjenige, wenn er jetzt rein eiskugeltechnisch vorne liegt, immer noch nicht sicher sein. Nee, und hier haben wir auch gesehen, es kann hin und her gehen. Es waren schon ein paar gröbere Schnitzer drin. Das heißt, hier ist noch nichts entschieden. Aber so eine Dame zu haben, ist natürlich trotzdem immer besser, als keine Dame zu haben. Oder wie siehst du das? Ich rede noch von mir hin. D schlägt C5, Dame schlägt C5. Greift jetzt den Bauern an. Hält auch wieder diesen Läufer im Auge. Schrakert sollte den Läufer wegziehen. Idealerweise hierhin Dame angreifen. Gleichzeitig diesen Bauern verteidigen. Wir schauen, er spielt Bauern nach B4, greift die Dame an, lässt aber den Bauern Bauer sein. Hat vielleicht ein bisschen die Hoffnung, dass Bell drauf reinfällt und den Bauern schlägt? Ja, aber Bauern schlagen ist ja okay. Nee, ich meine den B4. Ja, den nicht. Aber sie schlägt den Richtigen hier mit Schachgebot. Greift den König an. Ich fühle mich ein bisschen schuldig, weil ich da ja gesagt habe, schnell spielen. Er spielt viel zu schnell. Er hat ja Zeit. Also er hat noch neuneinhalb Minuten. Könnte die Zeit hier mal investieren. Turm nach F2. Jetzt gibt es wieder die Chance für Annabelle, hier zu schlagen. Und dann hier zu schlagen. Rauf nach E4. Geschieht nicht. Nächste Chance für Daniel. Turm nach E1. Würde jetzt die Dame attackieren, diesen Läufer im Blick behalten. Und es wäre wieder relativ offen. Toner ernst gespielt. Stark gemacht. Den Turm entzieht sich dem Angriff. Greift ihn immer an. Es ist noch alles offen. Bell könnte jetzt noch mal mehr Figuren ins Geschehen mit einbinden. Wenn ihr das gelingt. Da oben noch ein Turm in der Ecke und ein Pferd. Ja, erstmal muss er sich jetzt halt hier um die Dame kümmern. Die muss wegziehen. Best nicht hierhin, um diesen Läufer im Blick zu behalten. Aber dann gibt es. Kann Schröckert weiter Ärger machen. Turm nach D2. Die Dame weiter jagen. Also hier ist noch vollkommen offen. Vielleicht zahlt sich dann doch das schnelle Spiel von Schröck noch aus. Wenn es hier knapp wird, dass er dann mehr Zeit auf der Uhr nimmt. Wir sehen auf jeden Fall, dass Bell lange braucht im Vergleich zum Daniel. Also so eine große Diskrepanz zwischen den Uhren hatten wir auch noch nicht. 9 Minuten 20 von Daniel und 1 Minute 50 von Bell. Aber nach C3, oh, 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 wieder ein ernster Fehler. Seht, Daniel Schröckert, dass er hier die Dame schlagen kann auf dem Schachband. Nein, er schlägt den Läufer besser als nichts. Aber so eine Dame ist halt leckerer. So eine Dame ist Spaghetti-Eis. Das hier ist eine Kugel Vanille. Gibt die Dame einen Schach. Es geht weiter. Es ist ein Wechselbad der Gefühle. Und wieder. Alter Schwede, was macht der Daniel da? Daniel nachdenken. Er hat gleich mehr Zeit als am Anfang. 9,29. Hält das Tempo hoch? Hält er es zu hoch? Fragezeichen. Aber Bell lässt auch liegen. Darf ich die heutige Folge Bachelorette spoilern so leicht? Wieso Bachelorette? Ach so, nein, darfst du nicht. Okay. Nee, 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 nee. Muss ich noch gucken. Aber ist gut. Ich wollte nur sagen, dass die Gefahr bestehen könnte, dass hier mehr Daniels ausscheiden in diesem Viertelfinale als bei der Bachelorette. Nein, das ist ein Spoiler. Nee, nicht wirklich. Ich hab gelogen, um es keinen wirklichen Spoiler zu machen. Die Folge ist, wie alle Folgen von Bachelorette, ganz fantastisch. Wir wissen ja, dass du großer Trash-Filmfan bist. Ist das so ein bisschen für dich das Gegengift für dieses angestrengte, hoch anspruchsvolle Schachgame, in dem du den ganzen Tag deinen Kopf drum wickelst? Dass du dann, wenn du nach Hause kommst, was richtig Flaches brauchst? Nee, nicht unbedingt. Also ich guck wirklich alles, von dem ich mir verspreche, dass es mich irgendwie gut unterhält. Also es ist mir eigentlich egal, ob es jetzt flach ist oder nicht. Ich mag die Trash-Sachen, wo es nicht so, man nicht so das Extrem-Fremdschämen hat, dass man denkt, oh, das sind ganz arme Leute, die nicht so genau wissen, was sie da tun und vor die Kamera gezeigt werden. So dieses, ähm, hab ich manchmal Probleme mit. Aber die Influencer, die in so ein Format gehen, um noch bekannter zu werden, find ich super. Also Sommerhaus, Promis unter Palmen, Bachelorhead, bin ich bei allem dabei. Also bei Belle tickt die Zeit, Daniel setzt sie zumindest zeittechnisch immer weiter unter Druck und man hat das Gefühl, dass Belle keinen Plan verfolgt, weil sie macht einen Zug, aber sobald Daniel in irgendeiner Form reagiert, setzt bei ihr wieder die Denkzeit ein. Also als ob sie immer wieder komplett überrascht ist von den Zügen von Daniel und jetzt muss sie auf ihre Zeit gucken. 30 Sekunden, sie hatte hier schon mehrmals die Chance, was zu reißen. Und jetzt Schachgebot von Schröcker, das ist stark, wenn er eingeplant hat, dass er diesen Springer jetzt schlagen kann, mit Schachgebot. Und das hat er gesehen, seine Springergabel greift König und Turm an. Wenn er das jetzt versteht, dann hat er am Ende sehr, sehr viel Material für die Dame. Wenn wir erst mal gucken, ob er den Turm schlägt, sollte er es tun, hätte er zwei Türme, Springer und Läufer, was Eiskugel-Count mäßig großer Vorteil ist. Und der Gabel hat zugeschlagen. 16 zu 10. Und er hat es gesehen, jetzt ... Daniel ist immer noch auf zehn Minuten. Wahnsinn, er hat wirklich im Schnitt zehn Sekunden verbraucht pro Zug und hat damit genau dieselbe Zeit wie am Anfang. Also hält das Tempo unglaublich hoch. Damit schlägt C4. Könnte jetzt wieder einen Springer-Schach geben. Ich muss es nachrichten. Er hat ja 16 Züge gemacht. 17. 16. Okay. 16 Züge und jetzt ... 34 Züge hat er gemacht, oder? Ich will dich einfach auch nur mal korrigieren. Es ist mir bislang nicht gelungen. Es ist halt sehr ärgerlich, mit dir dieses Schachding zu kommentieren. Es gibt nichts, wo ich mal sagen kann, bist du dir da sicher, Jan, wäre es nicht besser, wenn er A4 nimmt? Nein. Das ist undankbar. Ne, das verstehe ich. Und wir haben ja auch schon drüber gesprochen. So geht es mir meistens. Ich bin meistens bei uns der Host, hab dann den achtfachen russischen Schachmeister Peter Svdler. Der sagt aber, Jan, was laberst du da für eine Scheiße? Hast du schon mal Schach gespielt? Nice. Ich kenne das. Ich hab das schon erlebt. Sprenger nach F4 überdeckt den Turm, entzieht dem Sprenger den Angriff. Nach C3 greift diesen Turm in der Ecke an. Er könnte jetzt wieder einen Schach geben. Das tut er auch. Und jetzt böte sich die Gelegenheit zur Springergabel. Angriff auf Dame und König. Dann die Dame weghauen. Das wäre die Entscheidung. Boah, ja, ich würde gerne mal ins Gabel. Mach der nicht, mach der nicht. Gabel T3. Bist du so ein Gabeltyp? Überhaupt nicht. Aber ich würde gerne bei dir mal so ins Gabeltraining gehen, dass ich einfach nur noch die Gabelmöglichkeiten immer sehe. Ja. Dame nach C1. Die macht natürlich richtig viel Spaß bei allen Gabeln. Ich würde wahrscheinlich jetzt versuchen, mit dem Turm hier die Dame zu nerven. So Turm hier hin, dass er vom anderen Turm gedeckt ist, dann hier einen Schach geben kann. Alternativ spricht auch absolut nichts dagegen, sich diesen Bauern zu schnappen. Mit Schachgebot. Schalker gibt jetzt dieses Schach. Auch okay. Einzug zu spät, denn eben hätte er damit die Dame erwischen können. König nach D8. Also es ist schwer hier, Annabelle gute Ratschläge zu geben. Die Stellung ist halt schlecht. Die Dame ist nicht stark genug, um mit der ganzen weißen Armada zu kämpfen. Könnte jetzt den Bauern da schlagen. Jetzt will er sich mit Damen holen. Gefällt mir nicht. Der kann ja noch nicht wirklich zur Dame gehen. Der Bauer hier steht ihm noch im Weg. Könnte ihn schlagen. Und es exponiert ein bisschen den eigenen König. Der Bauer war der letzte verbliebene Schutzbauer. Aber jetzt Dame nach D1. Die kann er schlagen. Und ist da die Zeit vorbei? Ja. Was ist passiert? War die Zeit abgelaufen oder war es Aufgabe? Ich hab's nicht... Nee, ich hab aufgegeben. Das macht keinen Sinn. Die Dame kann jetzt auch hier geschlagen werden. Danach wäre nicht mehr viel übrig von der Schwarzen. Also, wir sagen mal so, das war ein sehr unterhaltsames Schachmatch. Mit vielen A's und O's. Also, erst mal, was halt auffällig ist, Daniel, wie unglaublich schnell du gezogen hast. Ich hab das ausgerechnet. Im Schnitt waren das ungefähr zehn Sekunden pro Zug. Und das ist schon beachtlich im Vergleich zu dem, wie bei Bell die Zeit da weggelaufen ist. Das eine oder andere Mal hätt's, glaub ich, nicht geschadet, ein bisschen länger nachzudenken. Ja, die Dame hab ich viel zu unüberlegt freigegeben beziehungsweise geopfert. Das hat mich ein bisschen geärgert. Aber na ja, also, gut. Was soll man machen? Ich hab leider, ja, ich hab durch dieses ... Ich hab durch die paar Spiele, die ich halt hier auf der Seite gemacht hab, hab ich halt festgestellt, oh Gott, das geht so schnell mit der Zeit. Also muss ich halt schnell reagieren. Und manchmal, ja, muss man halt ein bisschen länger nachdenken. Na, du hattest noch zehn Minuten, ne? Also so viel, wie du angefangen hast. Du hast im Prinzip einfach keine Zeit gebraucht, die man dir gibt. Ja, aber es geht ja hier auf Zeit, oder? Also ich mein, ich muss ja auch irgendwo aggressiv spielen. Ja, ich glaube, es waren beide, die hatten auf ihre Art und Weise mit der Zeit zu kämpfen. Bei Annabelle war's ein bisschen zu langsam. Bei Daniel für meine Begriffe auch tatsächlich ein bisschen zu schnell. Was natürlich Druck macht auf Annabelle, die dann auch immer sofort wieder dran war. Aber es waren auch ein paar Chancen, die liegen blieben. Entscheidender Moment, oder der erste entscheidende Moment, hier Ausgangs-Eröffnung, hier steht Daniel ein bisschen besser, aber noch nicht viel passiert. Annabelle hier den Bauern schlägt, da war die Dame angegriffen. Und Daniel hätte auf G8 diesen Turm schlagen können, der jetzt ungedeckt war, mit seiner eigenen Dame. Und danach wär's im Prinzip fast schon durch gewesen. Stattdessen kam die Rochade, und dadurch war die Dame weg. Dann war wieder alles offen. Und später war dann, ja, ich glaube, hier so ein paar Aussetzer bei Annabelle, vielleicht auch des Zeitdrucks geschuldet. Hier hätte sie den Läufer noch verteidigen können, mit Dame nach D3. Schöcker hat die Dame häufiger verschont, die er hier zum Beispiel schon hätte schlagen können. Aber da war Schöcker dann immer am Drücker. Ich seh leider den Monitor nicht. Ich muss den Monitor mal anschalten hier. Ach so, sorry. Nee, lass den ruhig aus. Ist nicht so wichtig. Ich hab noch eine Frage an Bell. Und zwar, du hast am Anfang da oben den Turm bewegt. Das sollte wahrscheinlich eine Rochade werden. Oder du hast die falsche Figur zuerst benutzt? Äh, ich glaub, ich hatte da keinen Plan. Ich weiß nicht genau, was du meinst, weil ich auch nur schwarz sehe. Aber ich meine, ich hatte keinen Plan. Okay, also dir ist nichts bekannt von einer Fehl ... Ach so, das haben wir so interpretiert. Dass dieser Turm nach G8 zog am Anfang. Manchmal gibt's den Fehler, dass man rochieren möchte. Aber zuerst den Turm zieht statt des Königs. Man muss den König zuerst ziehen bei der Rochade. Aber wenn das nicht am Plan war, dann ist das gut. Gut, umso besser. Dann machen wir kurz Werbung und melden uns gleich mit der zweiten Partie zurück. Es bleibt spannend. Noch ist hier nichts entschieden. Denn auch Bell hatte durchaus mehrmals die Chance, hier fast schon den Sack zuzumachen. Insofern konzentriert euch noch mal, geht noch mal in euch, meditiert ein bisschen. Wir sind nach der Werbung gleich da. Und dann geht's in die zweite Runde. Bis gleich. Willkommen zurück zu Zugzwang, meine Damen und Herren. Mein Name ist Etienne Gardé. Ihr kennt mich von GIGA. Vom Deutschen Fernsehpreis 2017. Aus vielen anderen Hitformaten. Und hier geht es gleich weiter mit der zweiten Partie zwischen Annabelle und Daniel Schröckert. Daniel Schröckert, die erste Partie gewonnen. Sehr, sehr schnell gespielt. Jetzt mit den schwarzen Steinen. Annabelle muss gewinnen, um dieses Match weiter an uns zu haben. Also jetzt kann ich schon anfangen, oder was? Wir warten hier noch auf unseren Großmeister. Sind wir bereit? Können die Spiele beginnen? Ja, das ist korrekt. Bitte Schacht, go. Und los geht es. Bauern nach C4. Die englische Eröffnung. Die griech-englische. Ja, mal gucken, ob er jetzt... Ja, und das ist die kasackische minimale Eröffnung mit dem kleinen Bauerngeschirr auf der 6er-Linie. Totaler Blödsinn. Auch diese Scherze auf Kosten von Kasachstan. Also ich finde, das hat Borat auch ausgelutscht, das Thema. Es gibt keine kasachische... Und den Zug, den Daniel macht, habe ich früher mit einem Zug gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Erstmal hinschalten. Bau nach E6 und Bau nach B6. Also Schröckert bleibt wieder bei seinem Prinzip, die Läufer früh zu vieren ketieren, wo auch nichts gegen spricht. Also es ist ein zurückhaltender Aufbau. Man kämpft nicht so direkt ums Zentrum, was ich ja meistens empfehle. Aber die Läufer haben ja trotzdem aus der Ferne Einfluss. Ist nicht falsch. Und Bau nach B4. Den könnte man schlagen. Macht er das? Schröckert 4, kettiert ihr gerne. Spiel auch wieder sehr schnell. Lässt diesen Bauern hier Bauer sein. Bauer nach F5. Vielleicht hat er da was einstudiert. Das hier wäre jetzt ein Schema der holländischen Verteidigung. Der Bauer geht nach F5, um Kontrolle über das Zentrum zu erlangen. Wie viele Ländereröffnungen gibt es denn? Es gibt echt viele. Das weiß ich gar nicht, dass die Länder durchgehen. Französisch gibt es, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Englisch, Polnisch. Deutsch gibt es nicht. Es gibt nur die Berliner Mauer. Aber es gibt echt viel. Da haben wir nach A4. Überdeckt jetzt den Bauern. Was ist die Berliner Mauer? Braucht man da David Hasselhoff, um die zu schlagen? Um sie einzureißen, wäre, glaube ich, David Hasselhoff der Einzige, der das könnte. Wärst du bei deinen L.A. Trips? Das ist eine der merkwürdigen Fragen, die man sehr häufig kriegt als Deutscher. Also Oktoberfest natürlich, aber auch sehr, sehr häufig ist David Hasselhoff tatsächlich der größter Star. Wurde ich schon 800.000 Euro. Ich auch. Ich bejaß jedes Mal. Hat ja, glaube ich, Dirk Nowitzki auch schon oft drüber geschrieben, gerade in seiner Anfangszeit in der NBA. Haben sie, glaube ich, immer, wie war das? Du weißt es besser wahrscheinlich, David Hasselhoff gespielt, wenn er in die Kabine kam oder so? Das ist schon schöne Musik. Bist du eher Baywatch oder eher Nightrider? Also, sagen wir mal so, ich hatte bei Baywatch die prägenderen Erlebnisse. Die Zeitloom, ne? Ja. Da man nach F6 greift den Springer hier an. Und Annabelle sollte ihn verteidigen. Das tut sich. Gut gespielt. Vor nach E3. Vor nach C5. Schröckert nach wie vor in hohem Tempo unterwegs. Versucht hier Druck zu machen. Exponiert aber ein paar Schwächen in seiner Stellung. Dieser Springer könnte jetzt nach B5 weiterspringen. Aber Bell spielt auch schneller jetzt. Ja, ja, ja. Das scheint sie sich vorgenommen zu haben. Hier auf der Uhr ein bisschen mitzugehen, das Tempo. Und nach Sprecher B5 ist Schröcker jetzt in der Defensive. Denn es droht hier eine Gabel. Eine Gabel. Sag es. Es droht die Gabel. Es droht die Gabel. Ich weiß nicht, ob Schrecker das Pariertgericht Sprenger nach E7. Er pariert es nicht. Jetzt gibt es sogar die Wahl der Gabel. Das wäre eine gute Gabel und das wäre eine gute Gabel. Ich würde wahrscheinlich die hier machen, um mir dann diesen Läufer noch zu schnappen. Aber ist ein Turm zu Gabeln nicht attraktiver? Ja, aber der Turm ist ja noch vom Läufer verteidigt. Da kann ich eine Eiskugel kaum machen. Hier gibt es drei auf lau. Und hier gibt es erst mal fünf, aber ich verliere drei, weil der Läufer zurückfließt. Also Schluss zwei. Knapp, knapp, knapp. Geht noch weiter die Berechnung, weil der Bauer noch eingeführt wird und so. Also, aber eins von beiden, was sie machen sollen, sie geht an der Chance erst mal vorbei. Allerdings sehr schwer für Schreckert, das Beier zu parieren. Sagst du Schreckert oder Schreck? Ihr nennt ihn Schreck, ne? Unterschiedlich. Unterschiedlich. Das ist auch wirklich tagesformabhängig. Wenn ich sauer bin, sage ich seinen Vornamen. Also dann, oh, Sprenger steht A7, ist falsch. Das war das Feld, was der Sprenger nicht betreten sollte. Denn dieses Feld ist zweimal kontrolliert von Schwarz mit Turm. Und mit Sprenger. Deshalb kann Schreckert hier einfach schlagen. Und Annabelle kann es nicht zurückschlagen. Hat den Sprenger verloren. Dafür nur einen Bauer bekommen. Bell macht so viele Fehler. Bisher scheint sich Schreckerts Taktik sehr, sehr schnell zu spielen und mitnehmen, was er kriegen kann. Auszuzahlen. Denn jetzt ist der Sprenger weg. Und das war die Hauptangriffsfigur, die Weißher hatte hier in dieser Situation. Sieht einfach schlecht aus. Sprenger nach B5. Hier kommt der nächste Sprenger. Aber es ist eine Tschüss-Turm-Situation, wenn Schreckert das erspielt. Die Dame kann hier das ganze Ecke zum Turm. Und er sieht es. Der Turm ist weg. Jetzt wird es eng. Jetzt muss Annabelle, um irgendwie noch im Spiel zu bleiben, schnell rochieren. Und diesen Turm nutzen, um den Läufer zu überdecken. Aber Springer und Turm weg ist natürlich schon. Meine Zweifel, ob es hier zu Rochade kommt, nach der Frage eben, wenn sie überhaupt nicht wusste, wovon ich gesprochen habe. Ich bin nicht sicher, ob das zu ihrem Repertoire gehört. Das kann sein. Wenn nicht, dann müsste sie den König so aus dem Weg ziehen. Aber Rochade wäre hier schon deutlich besser. Sie versucht mit der Dame, diesen Läufer zu schützen. Musste aber den Rückzug antreten. Schreckert könnte jetzt hier auf B5 schlagen. Dann auf A2. Es sieht schlecht aus für Annabelle. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Habe ich bestimmt schon mal gefragt, aber sag es noch gerne mal. Ich weiß es tatsächlich nicht ganz genau. Ich hatte ja eine sehr, sehr schwere Kindheit auf unserer Yacht im Mittelmeer. Und da habe ich, glaube ich, die Regeln gelernt. So mit sieben ungefähr war dann mit elf wieder in Hamburg. Ich bin dann mit elf hier in den Schachklub gegangen, konnte aber schon spielen. Also schwer zu sagen. Ich habe am Anfang gegen meinen Vater gespielt, dann gegen meinen Schachcomputer. War dein Vater besonders im Schach oder war das ein besonderes Interesse? Nicht wirklich, einfach. Ich habe ein stilles, komisches Kind. Was könnte der denn können? Ja, Schach bestimmt. Nee, aber trotzdem ist ja immer der Anreiz irgendwie, seinen Vater zu besiegen. Hat ja, ich glaube, Reeve gestern auch erzählt, dass sie viel mit ihrem Opa gespielt hat. Das hat man häufig so den ersten Einstieg, die Bezugsperson. Und ja, das war bei mir auch so. Dann Schachcomputer, dann in Hamburg wieder Schachcomputer. So, hier geht's auf und ab. Annabelle kann die Rochade. C schlägt B4. Kurze Rochade gespielt. Schreckerspielspringer nach C6 zurück. Hätte ich nicht gemacht. Ich hätte den hier wahrscheinlich weggenommen, denn es liegt immer noch diese Gabel in der Luft, die bisher aber nicht angebracht wurde. Schwarz im sehr großen Vorteil. Aber es gibt hier durchaus noch Hoffnung für Annabelle. Sie bräuchte jetzt eigentlich eine sehr starke Sequenz. Sprich, erst mal das Schach geben, dann den Turm schlagen, dann den Läufer raus. Da würde es noch Chancen geben. Wir werden sehen. Läufer nach B2, bringt die Dame in die Ecke, in die Bredouille. Aber die kann sich hier noch rauswinden, wenn sie diesen Baum schlägt. Macht er. Turm nach C1. Turm nach A1 wäre vielleicht verlockend gewesen, aber dann hätte Daniel zweimal schlagen können mit entscheidendem Vorteil. Es wäre immer noch die beste Chance, dieses Sprengerschach zu geben. Was jetzt pariert wird, der Sprenger geht an den Rand, überdeckt damit aber dieses Feld, sodass das Sprengerschach nicht mehr funktioniert. Jetzt wäre Turm nach A1 eine bessere Chance, weil dadurch, dass der Sprenger ... Oh, und sie machte sie die ganze Zeit nicht. Und jetzt, wo es nicht mehr geht, kommt es. Also da ist das Timing so gut wie bei meinen Twitter-Gags. Sprenger nach C7. Und weg ist er. Diese New York Knicks Nummer, die Dugt an dir. Das macht mich fertig, vor allem. Ich war so stolz. Kennst du das, wenn man so stolz ist, weil man einem ein sehr dummes Wortspiel eingefallen ist, dann tweetet man es. Ich verstehe überhaupt nicht. Nichts. Kann ich null relaten, ehrlich gesagt. Hast nichts mit zu tun? Nein. Sprenger nach C7 schlägt. Was sich an Schröck hat übrigens zu schätzen, weiß, wir sind ja Clowns am Ende des Tages. Also ich versuche, was Lustiges zu sagen. Du bist ja auch eher Comedian, ne? Bei Schröck hat man ja den Eindruck, dass er ernsthafte Passion hat für die Sachen, mit denen er sich beschäftigt, oder? Sei es hier jetzt Filme oder Musik. Ich finde, es wirkt immer so, er mag das Zeug wirklich und möchte drüber sprechen. Ja, du kannst einfach sagen, dass er humorlos ist. Nein, es war tatsächlich, es war wirklich mal lobend gemeint, dass es ihm, glaube ich, nicht darum geht, den dummen Witz zu machen, sondern um Inhalte. Ja, jeder, wie er kann. Ja, eben. Ich habe immer den Eindruck, er ist noch nicht innerlich tot. Ähm ... Oh, 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 und apropos innerlich tot. Hier, die Dame kann geschlagen werden. Da saß, ich rede schon über Blödsinn, weil ich dachte, hier ist schon Drops gelutscht, aber dann lässt er die Dame ungedeckt. Und wenn die jetzt weggenommen wird, dann ist wieder alles offen. Also jeder andere Zug hier, Damen tauschen, Dame wegziehen, irgendwas nicht tun, einfach den Turm weiter die Dame decken lassen, wäre alles okay gewesen. Aber Springer nach A6, hei, hei, hei. Also, Strack hat schon immer noch besser, weil er am Anfang ja sehr, sehr viel eingesammelt hat hier schon auf diesen Hauptzügen. Aber jetzt ist wieder alles offen. So eine Dame ist halt viel Holz. Haben wir ähnliche Situationen schon im Match. Varyon gegen Etienne in der ersten Staffel gesehen, wo Etienne weit, weit vorne war. Dann gab's, glaube ich, auch eine Tschüss-Dame-Situation. Dann war es wieder halbwegs offen. Wobei auch hier, wie auch in deinem Match damals, die vielen Figuren, die schon eingesammelt wurden, der Dame, glaube ich, überlegen sind. Wir sehen auch der Computerbalken, obwohl eine ganze Dame hergeschenkt wurde, ist noch auf schwarzer Seite. Ich wär jetzt natürlich gegrillt dafür, dass ich Daniel hier leicht attackiert habe. Weil es ist so einfach, ihn zu loben für seine Leidenschaft für Filme. Deshalb fällt es mir schwer, das noch mal herauszuarbeiten, weißt du? Ja, das verstehe ich. Aber es war tatsächlich ernst gemeint, dass ich hab diese Passion für Schach tatsächlich nicht immer. Also ich such immer danach, irgendwas Lustiges zu sagen oder so. Aber das ehrliche Interesse in meinem Thema ist nicht immer da. Und bei Daniel, wann immer ich reingucke, hab ich den Eindruck, er ist wirklich ehrlich hart. Brennt für seine Themen. Absolut. Und hier, er sollte diese Dame-Effekt nehmen. Was das Faszinierende ist, ist, dass er so viel glotzt, also so viel Filme und Serien guckt und trotzdem sich alles merkt. Das auch noch, das auch noch. Das find ich eigentlich eher, das ist so ein bisschen wie Nils mit Fußball, wo ich mir denke, wo passt das da? Wie geht das? Oder bei dir wahrscheinlich mit europäischen Eröffnungszügen vom Schach? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber ich glaube auch, man hat so und so viel Speicher immer auf der mentalen Festplatte. Und man muss sich halt die Themen aussuchen, mit denen man die vollpackt. Also ich musste hier Fußball nach 1990 komplett opfern für Schacheröffnung. Du hast halt so eine 5 Terabyte SSD-Festplatte und ich hab halt so einen 8 Megabyte USB-Stick 1.0. Aber deshalb sag ich ja, jeder wie er kann. 4 Terabyte sind halt aber auch voll mit Love Island-Wissen. Das ist dann auch mal die Frage, wie viel anders nützt denn halt? So, jetzt nimm doch mal die Dame weg, Schracker. Oder zieh sie weg, Annabelle. Ich kann's nicht mehr ansehen. Jetzt sollte sie wahrscheinlich den Turm da hinten schlagen. Dann immerhin noch ein bisschen Material. Ich darf erholen. Warum kriegt Jan keine Kino-Plus-Einladung? Du warst auch schon mal bei Kino-Plus. Ich war da, ich war da. Es gab ... Jetzt ist ja wiederkommen. Ist halt bei Corona nicht so leicht, weil wir nicht so viele Leute immer ins Set nehmen können. Und der Cast von Kino-Plus ja mittlerweile echt groß ist. Und wenn du dann die Wahl hast zwischen Steven Gäthchen und Jan Gustafsson, dann nimmst du eigentlich beide und Etienne bleibt zu Hause. Ist kinomäßig im Moment so viel ... Oh, was ist denn hier los? Ist ja auch nicht so viel los, ne? Guckst du neue Filme? Also, ich durchsuche immer so, was es so gibt. Also, richtig viel Neues habe ich auch nicht auf dem Radar immer. Es gibt aber noch genug alte Sachen, die man nachher nicht mehr kennt. Es gibt so viele Sachen, die ich in den 80ern geguckt habe, aber noch nicht durch erwachsene Augen und da noch mal ein zweites Mal drüber sehen muss. Also hier, ja, es war ... Schreckert hat diese Dame einfach nicht schlagen wollen. Stattdessen jetzt die lange Rochade ausgeführt. Und das heißt, es ist wieder ... Es ist wieder alles offen. Auf der Uhr ist er nach wie vor weit vorne. Also, Bell und Daniel sind beides Instinktschachspieler, ja. Das sieht man schon. Es gibt nicht diesen einen großen Plan, sondern da wird von Situation zu Situation neu entschieden. Ich finde, das hat auch was. Ja, es ist ... Ja, alles ... Oh, aber dieses ... Die arme Dame, die arme weiße Dame, tut mir so leid. Also, was die ja schon hat mitmachen müssen in dieser Partie. Also, gab ihr das Schach, aber da wurde sie geschlagen. Und der Läufer ist natürlich weniger wert als die Dame. Sodass jetzt ... Schreck wieder entscheidend ... Im Vorteil ist ... Der Turm ist angegriffen. Sollte sich hier tauschen gegen den schwarzen Turm. Man kann zurückgeschlagen werden. Der Läufer ist noch angegriffen. Und wenn wir dann durchzählen, hätte Schwarz immer noch eine Figur und einen Turm mehr. Ei, ei, ei. Schau mal, A3. Überdeckt den Läufer und behält den Turm. Was, ja, die Partie nicht mehr retten sollte, aber vielleicht eine bessere Chance ist, weil so immerhin ein paar mehr Einheiten noch auf dem Brett bleiben. Sprecher nach D3. Der Turm ist wieder angegriffen. Ui, ei, ei. Ich höre Maxims Freudenschrei bis hierhin, schreibt Dagaran. Ja, das muss man wohl nach diesen Matches wohl sagen, dass Maxim hier auf jeden Fall als Favorit in dieses Halbfinale gehen wird. Aber ... Ja, ich denke, das ist fair. Wobei ich schreck auch zutau, wenn er dann weiterkommen sollte noch, ist ja nicht so weit, dass er da noch einiges einstudieren wird für Maxim. Jetzt hat er sich weiteres Material hier beschafft. Der Läufer hat diesen Turm geschlagen. Aber ich muss doch mal im Lanze brechen für die Leute, die an dem Turnier teilnehmen. Leute, das sind keine Schachprofis. Das ist immer leicht von zu Hause aus, wenn man einen Großmeister hat, der einem die Pfeile einzeichnet, das alles zu sehen. Wenn man unter Zeitdruck im Fernsehstudio oder zu Hause vor der Kamera sitzt und da spielt, nichts hört, nichts sieht, dann sieht das schon ganz, ganz anders aus. Und da muss sich niemand schämen, wenn er hier Sachen übersieht oder Fehler macht. Alles andere wär eigentlich eher komisch, würd ich mal sagen. Überhaupt nicht. Ist ja auch ... Gerade die Idee des Formats, dass Leute, die jetzt normalerweise kein Schach spielen, hier sich reintrauen. Und das macht das ja auch spannend, dass man nicht genau weiß, wer hat jetzt wie viel Schacherfahrung. Also ich hoffe, weil so ist es wirklich nie gemeint. Das klingt nicht abwertend. Wenn ich sag, jetzt schlag doch endlich die Dame hier oder so. Also man fiebert halt mit, aber ich find's ... Ja, ich find das ganze Format absolut super. Und da sind so viele Leute aus unterschiedlichen Bereichen. Alles gut, ich wollt das nur einmal sagen, weil mir tut das auch so leid, wenn dann die Leute sagen, oh, was machen die denn da und so. Ja, natürlich, wir sind hier in der Position, wo wir die Fehler natürlich auch kommentieren. Aber ich saß ja auch schon auf der anderen Seite. Und grad mit diesem Zeitlimit, wenn du nicht die Zeit hast, immer wieder noch mal durchzugehen, was für Auswirkungen jeder Zug hat. Und es wird einfach immer komplexer und komplexer, je weiter das Spiel fortschreitet, dann ist das wirklich nicht so einfach. Nee, und es ist ja auch interessant zu sehen, wie die Leute damit umgehen. Also Schreck hat sich dafür entschieden, einfach sehr, sehr schnell zu spielen. Da bleibt auch ab und zu was liegen, aber diese Zeitprobleme nicht. Bei Annabelle tickt die Uhr jetzt wieder runter. und da schleichen sich halt auch ab und zu Fehler ein. Aber Hauptsache ist es einfach Übungssache, wie viel Übersicht du hast, welche Figur kontrolliert jedes Feld. Zack, der Springer kommt von C1, schlägt den Läufer weg. Und die Kampfeinheiten gehen eher da langsam aus. Und Schreck hat, muss man auch mal sagen, nur noch bei neun Minuten, ne? Auch nicht mehr da alt. Er wird müde. F schlägt. E5 schnappt er jetzt einen Bauer. Das ist halt Kleinvieh. So, wie sollte ein Dias jetzt nach Hause bringen? Also im Prinzip kann ihm nicht viel passieren, wenn wir durchzählen, ne? Turm 5, Turm 5, Springer 3, Springer 3, 16 Punkte vor. Da hat er schon ordentlich Raum, auch noch einen Fehler zu machen, auch mal eine Figur zu verlieren und wäre immer noch absolut entscheidend ein Vorteil. Dazu hat er die Uhr auf seiner Seite, also er ist gar nicht jetzt so, unter Druck, dass er jetzt zwingend matt setzen muss, sondern er kann einfach weiter Züge machen. Er kann einfach ein paar Figuren hier noch weiter einsammeln ohne Probleme. Eigentlich kann Bell dann nicht mehr viel machen. Vater Morgana sagt, ja, man sollte halt auch gleich starke Spieler einladen und nicht solche Niveauunterschiede haben. Das sehe ich nicht so. Ich finde es eigentlich viel spannender, dass man nicht ganz genau weiß, wer hat wie viel Schacherfahrung, wer ist im Vorteil und so weiter. Wir wissen es ja auch vorher gar nicht. Und wie man an dieser Message sieht, gibt es ja auch unterschiedliche Skills in Sachen Chat-Kommentare. Da ist ja das Niveau auch nicht immer ausgeglichen. Gell, Vater Morgana? Ist das auf Einladung? Ist das auf Einladung der Chat? Leider nicht. Moderierst du da manchmal höchstpersönlich? Schwingst du den Ben Hammer, wenn da jemand ... Zu selten offensichtlich. Aber wir haben tolle Chat-Moderatoren, die das eigentlich ganz gut im Griff haben. Aber natürlich bei so einem Erfolgsformat wie Zugzwang, wo die Leute zu Millionen in den Chat kommen, kann man natürlich auch nicht jeden Troll entsprechend maßregeln. aus wie der Twitch-Chat bei Reef. Man kann gar nicht mehr mitlesen, wo einfach zu viele Leute da sind. So, hier, Schröckert hat sich weitere Bauern geschnappt. Da fällt der Nächste. Den hier kann sie auch noch nehmen. Keine Chance. Aus Daniels Sicht ist das so eine Partie, die, glaube ich, richtig Spaß macht. So, du kannst einfach jetzt gemütlich einfach ein bisschen was wegnehmen. Gemütlich sieht das nicht aus, oder? Ich finde, das ist schon noch ein bisschen Anspannung. Ja. Ich glaube, er hat auch wenig geschlafen. Daniel hat die ganze Nacht hier ja auf Twitter diskutieren müssen. Hat er? Er hat ja gefragt, was ist eurer Meinung nach der langweiligste Film? Ja, ja, stimmt. Und man hat, ich glaube, er hat das getweetet, war dann aber ernsthaft schockiert, wenn Antworten kommen, die Filme nennen, die er gut findet. Also, ich hab mich nicht getraut, jetzt zum Beispiel hier Apocalypse Now oder so reinzuschreiben, weil ich wusste, dann redet er nicht mehr mit mir. Ja, das ist aber auch krumm. Nein, das finde ich auch nicht korrekt. Apocalypse Now ist ein guter Film. Der hat sicherlich auch seine Längen. Aber ... Ah, nein, ist schon gut. Ich muss mich hier wie immer mit unserem lieben Freund Mental Matteo solidarisieren. Blade Runner. Ich hab's häufig versucht. Ich weiß, innovativ und super Atmosphäre. Ich find ihn so langweilig. Ja, Blade Runner auch sicherlich ein Film mit Längen. Aber ich mag da natürlich auch ... Also, es gibt ja auch Filme, die unterhalten einfach nur durch die Atmosphäre oder durch ... weiß ich nicht. Also, es gibt da ja unterschiedliche ... Ich versteh's ja und ich sag ja auch nicht, dass es ein schlechter Film ist. Aber für mich einfach schwer, die Konzentration. Aber Blade Runner ist genauso wie auch Apokalypse. Also, es sind so Filme, die man, glaub ich, auch in der richtigen Stimmung ... Die passen nicht zu jeder Stimmung. Du kannst nicht einfach sagen, komm, wir sitzt da mit Popcorn und Nachos und sagst, und jetzt ballern wir uns Blade Runner rein. Ich hab's tatsächlich bei beiden Blade Runners. Ich bin auch bei Blade Runner 2049, war ich im Kino. Und ich war ein bisschen müde, muss ich gestehen. Aber ich war nicht ... hat mir nicht angemacht. Da bin ich großer Fan von. Da ist der Typ Denis Villeneuve. Dein Gesichtsausdruck sagt, du siehst es anders. Ja, ich liebe diesen Film. Es war für mich einer der Besten der letzten Jahre. Ich hab den sehr, sehr gemocht. Es liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich dem Schauspieler sehr ähnlich seh. Und dann kann ich da einfach mich in gewisser Weise auch die Situation versetzen. Ich weiß nicht, Harrison Ford ist noch ein Tick älter als du, oder nicht? Schachmatt, meine Damen und Herren. Daniel Ströckert steht im Halbfinale. Oh, haben wir einen Sieges-Jingle. Wow. Sehr gut. 2-0 setzt sich Daniel gegen Bell durch. War dann am Ende doch eine ziemlich klare Angelegenheit. Wir fragen erst mal an die liebe Bell, was war da los? Tja, keine Ahnung. Irgendwie verzettelt, ne? Gibt's einen Punkt im Spiel, Jan, den du herausarbeiten könntest, der der Kasusknacktus war? Also es gab, früh in der Partie hatte Annabelle eigentlich eine gute Stellung, hatte gute Angriffschancen, ist dann häufiger an dieser sogenannten Springergabel vorbeigegangen. Ich weiß nicht, ob die beiden das Brett sehen können. Hier mit dem Springer hätte sie häufig diesen Turm einsammeln können, hier das Schach geben und damit ziemlich entscheidend in Vorteil kommen. Hier zum Beispiel oder hier. Und dann ein Fehler war stattdessen, mit dem Springer auf A7 zu schlagen, denn das Feld war zweimal gedeckt. Das ist zu schnell. Geh noch mal bitte ein bisschen zurück. Zeig noch mal die Springergabel und zeig mal, warum das Springergabel ist. Also welche zwei Angriffe? Also Springergabel nennt sich, wenn der Springer gleichzeitig zwei verschiedene Figuren angreift. Hier zum Beispiel Springer nach D6 wäre Schach dem König. Der müsste weggehen. Und dann könnte man diesen Läufer schlagen, wieder mit Schachgebot. Oder alternativ hier dieses Schach, wieder den König angreifen, der müsste weg, dann den Turm schlagen. Das hätte beides zu großem Vorteil geführt. Stattdessen ging der Springer auf das Feld hier, was zweimal kontrolliert war von Daniels Turm und Springer. Und danach war Daniel eigentlich immer schon relativ klar im Vorteil. Es gab da ein paar Dramen später rund um die ... Scheiß Dame. Ja, genau. Fuck. Ich hab sie schon wieder geopfert. Für nix. Genau, also hier hatte Daniel ja schon viele Figuren geschlagen. Hätte einfach die Damen tauschen können zum Beispiel oder sie wegziehen. Verstellte sich aber den Weg hier, die Verbindung zum Turm, der sie gedeckt hatte sogar noch. Und danach war das Ganze wieder offen. Dann gab's das Drama auch um die weiße Dame, und der hier lange Zeit lang, glaub ich, geschlagen werden konnte vom Turm. Ey, das hat mich so angekotzt. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Also da gab's ein paar Züge lang die Chance hier immer noch. Immer noch. Dann lange Rochade, Turm zieht weg. Hier war eigentlich wieder alles offen. Aber dann hat Daniel eigentlich zu seinem Glück gezwungen mit diesem Dame A8-Schach. Hat gesagt, jetzt schlag die Dame endlich. Und da wurde sie weggenommen. Und danach gab's keine Chance mehr. Also das waren so die ... Aber interessant, ne? Also das war ja schon relativ weit in der Partie. Und ihr seht's links an dem Balken. Da war's ziemlich ausgeglichen noch. Wenn Bell da diesen Fehler nicht gemacht hätte, wär da noch alles drin gewesen für dich, Bell. Das war tatsächlich ein bisschen der gefährlichste Zug von dir. Da hast du die Dame verschenkt. Bis dahin war's aber gar nicht so unmöglich. Wie ist das so? Erklärt mal vielleicht auch für die Zuschauer so, wie ist das ... Ihr habt ja auch die Partien, glaub ich, so geguckt. Und wie ist es, wenn man selber spielen muss mit Zeitlimit? Mir geht die Pumpe, als würd ich, keine Ahnung, weiß ich nicht, Final von Call of Duty spielen oder sonst irgendwas. Ey, wirklich, ich bin hier nervös hoch zehn. Ich wollte eigentlich nur mich irgendwie gut schlagen und hab mich so oft aufgeregt. Jetzt diese ganze Damengeschichte da, das, was Jan als Damendrama bezeichnet hat, das war so furchtbar. Ich hab mich so geärgert innerlich. Aber dann darfst du dich, glaub ich, auch nicht so sehr versteifen. Und ... Ja, ich zitter. Ich zitter wirklich. Und bei dir, Bell? Ja, also, ich fand's sehr spannend. Und generell hab ich auch kein Problem mehr, mit Figuren zu opfern. Das war oftmals mein Plan, auch mit dem Damenturm da oben in der Ecke. Aber wenn der andere dann nicht so mitspielt, wie der Zug in meinem Kopf abläuft, dann ... Also, sobald er irgendeinen Zug macht, komm ich komplett aus der Rolle. Warst du aufgeregt? Ja, schon, ja. Ja. Ist auch anstrengend, oder? Also, mir ging das so nach den Partien, zum Beispiel gegen Mäntel oder so, da war ich ... Das hat sich angefühlt wie zwei Stunden Sport. Zwei Stunden Sport habe ich noch nie gemacht. Das kann ich schwer einschätzen. Aber es ist auf jeden Fall, ich glaube, deutlich stressiger, als man denkt so bei einem Zug. Mich macht die Uhr auch sehr nervös, muss ich sagen. Ja. Das stresst mich. Die ist immer im Nacken drinne. Und, äh, ja. Daniel, jetzt müssen wir natürlich zum Abschluss noch klären, was ist denn jetzt der langweiligste Film? Ey, du, ich bin ein bisschen erschrocken. Ich weiß nicht, ich find, da gibt's eine Menge langweilige Filme, die ich trotzdem mag. Und ich war erschrocken, wie viele Filme dann doch irgendwie als langweilig bezeichnet werden, die ich wirklich richtig geil finde, wo ich auch wirklich drin aufgehe. Ich mein, Blade Runner 2049. Ja. Ähm, langweiligste, wirklich einen, den ich hervorheben kann, einer der langweiligsten Filme meiner Ansicht nach, ist Lost in Translation. Aber er ist gut. Ich würd's ja gar nicht abstreiten. Er ist gut. Okay. Ich hab nichts mehr dazu beizutragen. Vielen Dank. Hast du den auch genommen, oder was? Hast du Lost in Translation genommen, oder was? Nein, ich hab ja tatsächlich den ersten Blade Runner immer ein bisschen auf meiner Liste. Ich weiß, Atmosphäre ist super, aber für mich ist es immer, ich muss mich zwingen. Aber der ist auch nicht schwungvoll, oder ... Nee, das mein ich ja. Der ist auf meiner Liste der langweiligen Filme. Ansonsten Interstellar. Interstellar, boah, ist so langweilig. Interessante Wahl. Hm, ja, Nolan, Zeit dreht sich nach links und rechts. Da find ich Tenet schlimmer. Tenet war ja auch ein bisschen Interstellar. Also, Tenet hab ich grade noch neulich drüber nachgedacht. Wenn jetzt mir einer sagen würde, ich müsste den noch mal im Kino sehen, da würd ich vermutlich mich krank melden oder so. Hätt ich wirklich keine Lust. Ähm, okay, aber das sprechen wir dann in einer Folge Kino Plus noch mal. Du kommst bestimmt mal wieder zu Kino Plus. Ja, ja, immer gern, immer gern. Wir schauen noch auf den Turnierbaum. Denn jetzt stehen sie fest, die zwei Halbfinale. Maxim trifft auf Daniel Schröckert. Und zwar morgen schon. Was? Oder? Ja, morgen 12 Uhr mittags, tatsächlich. Morgen 12 Uhr mittag ist schon das, äh, so sieht Freude aus. Und dann sehen wir natürlich das zweite Halbfinale. Trilux gegen Reefd. Äh, übermorgen dann, ne? Genau. Und Freitagabend dann hier zur Primetime, das große Finale nach Game Two. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Vielen Dank, liebe Bell, vielen Dank, lieber Schröckert. Ähm, das war ein spannendes, äh, ein spannender Schachmittag. Jan, was machen wir jetzt? Schachmittag, super. Ähm, ich hab ein Meeting, aber auch Hunger. Also vielleicht können wir uns noch irgendwas zuerst organisieren. Und dann auch. Okay. Das können wir mal versuchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Einschalten. Das war's mit Zugzwang. Bis morgen. Tschüss. 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 Vielen Dank.